hallo liebe freunde herzlich willkommen zurück wir wollten gerade ins kino gehen mit unserem kumpel rohan nehmen jetzt auch mal gleich ein interview auf die begrüßung kurzes gelaber kommentar und spannender das war's jetzt reden mag er uns eigentlich jetzt mittlerweile so ja ist ja ein guter komplex profil ansehen die feuer wollen wir nicht aber der wird jetzt auch immer teurer wenn der level aufsteigt dann wird er teurer das schließe ich für mich arbeiten hier und ich kommen für die presse posieren hau mal da ab da hier kommt ollie lama rohan verpiss dich und dann gehen wir in den saal da können wir noch ein bisschen quatschen mit rohan unserem buddy best buddy hier ist jetzt mich hier ja schön den püppi wo kommt rohan kommst du hier ich ohne dich gucken hey belinda oh belinda mag mich nicht das werden wir gleich mal ändern belinda du siehst so traumhaft aus da was ich habe den film nicht schon mal geguckt hier da kommt ja hier ist mal der gleiche wir sind jetzt bekannt hast du bock ein bisschen zu fummeln hast du lust hast du lust darf ich meine hand auf ihr aller wert ist das knie liegen jungs fräulein aber guck mal hier belinda die kann nischt du kannst ihn nicht einstellen du hast nicht das richtige verhältnis zu ihm zu ihm zu ihr da bist du ein typ oder eine frau hier wird nicht mehr gequatscht das reicht aus aber gut das steigt auch ja 9,5 millionen aufrufe 412.000 abonnenten 500.000 und 10 millionen ist das ziel ja was denn du komm geh nach hause danke belinda bis zum nächsten mal hier abbrechen so honey zu einer einladung zu einer was video video nano ähm ein gemeinschaftszeug aufnehmen komm denn wir machen noch mal ein call of uuuuuh alter 500 ocken little gimp playstation 3 wir müssen uns eine komm wir machen hier noch ein dual und dann können wir uns die playstation 3 holen da 500 ocken alter mit nur einem video auf keinen fall so Musik intro Master leer Tick Deke dicker kate das ziehen wir hier bis ende durch würde ich mal sagen mit dem niedrigen ja na klar warum könnt ihr nicht gleich sein ich verstehe es manchmal nicht reaktions karte das haben wir noch vier da kann man gucken vielleicht haben wir glück und es kommt noch ein so du dein die hat kommt dahin dann du dahin du dein unten und oben unten aber noch unten 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 das grün gibt das mehr punkte etwa 7 können jetzt noch music und rennen alter das ist immer noch top davon machen wir gleich noch ja zum event gehen warum kann ich dich nicht hier reparieren info reparieren ok beginnt schon wann wir für sowas kohle kriegen wenn wir herkommen willkommen auf der präsentation von biggimp marines das ist ein action shooter wenn es zum preis das ist ein simulations spiel und wir werden das auf der pc raus bringen zum preis von 63 90 das spiel zu bekommen eine wertung von gut 50 alter schwede so ich geh jetzt nach hause wird man jetzt hier noch in dieser hall weh ich war besser ich hab das schon ja vergessen jo dann können wir noch ein vlog aufnehmen mit 24 na super alter diese scheiße urheberichtliche kacke hier haben wir noch zwölf ein kleines wir brauchen skripte morgen grün und braun und braun darauf stehen alle frauen und wieder nach hause nummer acht dann ist das jetzt neun alter hier immer noch die ockenkohle und wir brauchen ein kleines mal hier glaube ich egal wie rum okay so dass hier dass sie jetzt aber noch 16 zwei haben wir nicht ok experience alter 25 millionen derzeit kannst du noch ein video machen was war denn hier ein steckenpferd das war doch hier das ding hier oder ja komm du darfst das auch wieder automatisch machen und dann kannst du danach vertreten hier lösen strafezahlen wir haben doch die kohle wir haben ein review video zum beispiel fury laser zu machen ok nein wir werden nicht zur party gehen abbrechen wir werden davon jetzt eine review machen review oder preview review review ok ja ihr braucht mich nicht zu eurem kack einladen sollte mir keine kohle dafür gibt ob ich auch nicht mehr so ist belegt ist belegt mono kein filter müssen ich vor dem pc aufrüsten nicht tüdy 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 53 das flutsche jetzt kommt bitte gib mir eine alter ich hasse euch ich hasse euch wie die best ich habe keine zeit wenn jetzt hierbei frutti laser review ok fragt ein anderer youtuber ich will gar nicht auf eure party auf eure drecks party im abschluss gibt es eine überrechtsverletzung ok und hochladen so kann ich neue aufgabe verfügbar und die 500.000 abonnenten jawoll und hier unboxe die besten spieler mache dein voller neid du musst immer ein unboxing vor dem öffnen des pakets machen habe ich das jetzt geholt würde ich doch gar nicht ich wollte aber was anderes machen ok egal ich zeige das ergebnis nice so ähm komm penn und wisst du was wir werden glaube ich demnächst umziehen mir wird die wohnung nicht zu klein wenn wir umgezogen sind wir werden dich wieder kontaktieren die kohle flutscht ja ich ihr seid so eine leuchter des arms ok so also ich würde gerne diese urheberrechtlichen dinge ein bisschen bannen ein gemeint und was machen wir call of fury die kohle flutscht 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 schon bei der karte 5 8 und 1 oder 8 und 4 8 und 4 das gönne ich mir was wollt ihr von mir ich zeig euch den finger so neun mehr bilder können wir nicht unter und stuhl weg und wieder hingesetzt und oben oben unten und mit einem dann können wir dich hier machen mit zwei mit zwei mit einem eingang und das sieht aber mal alles ganz gut aus so hintergrundmusik haben wir 14 21 14 123 und renner das wird jetzt noch mal ein neuer rekord in der video qualität und hochladen und eine neue karte intro mit 3d logo und kommen wir machen wie du machst du wieder von dem ding hier kannst du auch das doch automatisch machen fortsetzen so wir gehen pennen alter call of fury das hat uns ja mal richtig kohle eingebracht und dann kommt futtern gut in der zeit würde ich sagen wenn er gerade am futtern ist bedanke ich mich für die runde beim zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal in hamburgers egal ob das fall ist oder nicht und ja beim nächsten mal ziehen wir um in unsere luxuswohnung wir haben die kohle wir sind reich ja alles klar vielen dank beim zuschauen wenn es euch gefallen hat lassen aber da und brechen nach oben und bis dann euer lama und ciao wow Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.